Wie habt ihr die Australian Open bisher mitverfolgt und wie wird der Finalverlauf zwischen Roger und Cilic? Ich habe relativ viele Matches gesehen und ich sehe das sehr positiv jetzt. Ich habe das Gefühl, Roger wird das packen. Er hat bei den Rennen auftreten, gute Matches gespielt. Ich habe selten so einen gesehen, solide wieder zu spielen. Komm jetzt, Roger! Ich habe leider nicht so viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich sehr überzeugt. Von daher ist er nicht das erste Mal, dass Roger im Finale ist. Deswegen sind die Chancen sehr gut, dass er das wieder packt. Roger, go for 20!